Immer diese Quälerei. Warum kann ich nicht einmal weit durchfahren? Ich hatte so einen Druck auf der Lunge. Ihr seid irre schnell losgefahren, bis ihr mit den schnellsten losgekriegt. Ja, aber ich hatte die ganze Zeit blutigen Schleim und habe teilweise keine Luft gekriegt. Die letzte Runde ging es, weil ich dann irgendwann alles einfach ausgespuckt habe. Aber, scheiße, nicht einmal kann ich hier durchfahren. Und durch die drei Kilo, die ich abgenommen habe, ich muss unbedingt die Dame wieder weicher machen. Das merkt man so gewaltig. Naja, durch ist eben Schluss.